Hallo meine Lieben, heute habe ich meine Top 5 unter 5 Euro Produkte aus der Drogerie für euch. Und ich würde sagen, wir fangen schnell an mit dem Video, weil meine Kamera möglicherweise gleich ausgeht und ich davor noch schnell meine Top 5 Produkte euch präsentieren möchte. Als erstes Produkt habe ich diese Pflegecreme von Balea ausgesucht, weil ich finde, dass sie zum einen natürlich unheimlich gut nach Kirsche riecht. Also, wer Kirsche von euch mag, sollte sich diese unbedingt mal anschauen. Und zum anderen finde ich, dass die Konsistenz von dieser Creme sehr, sehr angenehm auf der Haut ist. Also sie ist leicht, sie ist nicht so fetten, aber man merkt trotzdem, dass sie die Haut gut mit Fäustigkeit versorgt und sie pflegt. Und deshalb auf jeden Fall zu meinen Favoriten aus der Drogerie und sie kostet nur 95 Cent, soweit ich weiß. Als nächstes habe ich meinen geliebsten Eyeliner Pen für euch. Von P2 ist der und viele von euch müssten den schon kennen, weil ich den schon oft gelobt habe. Und das ist halt einfach so ein Filzstift sozusagen. Er trägt einfach unheimlich präzise den Lidsch... Also damit kann man einfach unheimlich präzise seinen Lidschricht auftragen. Und die Farbabgabe bei diesem Eyeliner Pen ist auf jeden Fall die beste, die ich bis jetzt hatte. Äh, ja, die beste Farbabgabe von allen Eyeliner Pens, die ich bis jetzt ausprobiert habe. Also ich finde den einfach so gut. Und er kostet außerdem nur 2 bis 3 Euro. Also, ja, und ich liebe den. Als nächstes habe ich diese Mascara hier rausgesucht. Die müssen auch ziemlich viele von euch kennen. Ich hatte immer so Phasen, da habe ich sie benutzt, dann wieder nicht. Und jetzt benutze ich sie gerade wieder. Ich finde einfach, dass das Bürstchen, auch wenn es sehr klein ist, sehr, sehr, sehr gut Länge in die Wimpern zaubert. Und unheimlich gut definiert, was mir in letzter Zeit sehr wichtig geworden ist. Und, ähm, außerdem ist das eine Mascara, die zwischen 3 bis 4 Euro teuer ist. Also, sie gehört jetzt zu einem meiner Lieblingsmascaras. Ich habe auf jeden Fall noch viele andere Mascaras, die um einiges teurer sind. Und dafür lohnt sich das einfach, weil ich die auch mindestens genauso gut finde. Wenn nicht sogar viel besser eigentlich. Und, ja, also ich finde sie toll. Dann habe ich hier 2 Lippenstifte. Die sind beide von Essence und die kennen wahrscheinlich auch ziemlich viele von euch. Ähm, ich habe jetzt hier einmal so einen pinken Ton, so einen pink-bären Ton und einmal einen brown-nude Ton. Das ist einmal die Farbe 09 Real Berries und einmal 06 Berry There. Und, ja, ich finde die beiden einfach so gut, weil sie eine sehr, sehr cremige Konsistenz haben. Die Lippen auf keinen Fall austrocknen. Was ich wirklich wichtig finde. Und, ähm, die Farbe aber eigentlich auch ziemlich intensiv ist. Nicht so lange hält, aber trotzdem ziemlich gut ist. Man muss halt öfter mal nachtragen, aber das ist ja jetzt nicht so das Problem. Und, ja, also mir gefallen die auf jeden Fall sehr, sehr gut. Und für den Preis unschlagbar. Und zum Schluss habe ich jetzt noch mehrere Lidschatten für euch, die alle von Catrice kommen. Das ist also mein fünftes Produkt sozusagen, ein Lidschatten von Catrice. Also mein fünftes Top-Produkt unter 5 Euro. Das sind jetzt alles Lidschatten von Catrice, die unter 5 Euro gekostet haben. Und, ähm, zwei sind hier jetzt, diese beiden sind aus L.E. Das ist ein Lidschatten aus der Lala L.E. Das ist so ein ganz, ganz schöner silberschimmerner Grauton. Den habe ich auf meinem, äh, oder in meinem Verlosungsvideo getragen. Da haben mich ganz, ganz viele von euch gefragt, was ich da trage. Das war auf jeden Fall dieser hier. Ich finde, alle Lidschatten von Catrice sind so gut pigmentiert. Das ist hier ein anderer aus einer L.E. Das ist die Vienne Art L.E. Die ist, glaube ich, auch gerade noch aktuell. Das ist so ein glitzernder, schimmernder Rosé-Ton. Habe ich auch jetzt schon öfter benutzt. Außerdem ist die Verpackung total schön. Und dann der Liquid Metal Eyeshadow von Catrice. Das ist jetzt die Farbe 020 Gold & Roses. Und auch sehr, sehr gut pigmentiert, meiner Meinung nach. Ja, also, den gibt es auch immer zu kaufen, falls es euch jetzt interessiert. Und auch in mehreren Farben natürlich. Ich finde einfach, die Lidschatten von Catrice sind alle so gut pigmentiert. Aber, dazu muss ich sagen, dass ich das nur so finde bei den einzelverpackten Lidschatten. Also, es gibt ja noch so Paletten von Catrice. Die finde ich irgendwie alle nicht so gut pigmentiert. Ich weiß nicht, ob ich mir das nur einbilde oder ob es tatsächlich so ist. Aber ich finde diese einzelverpackten Lidschatten immer um einiges besser pigmentiert. Und außerdem sind das immer so schöne Farben und Töne. Und ja, also alle unter 5 Euro. Und deshalb auf jeden Fall Top-Produkte aus der Drogerie. So, meine Lieben, das war es auch schon. Das waren meine Top 5 Produkte unter 5 Euro. Und ich hoffe natürlich, euch hat das Video gefallen. Ich würde mich sehr, sehr über einen Daumen nach oben freuen. Und ja, ich würde mich natürlich auch freuen, wenn ihr mir ein Abo dalasst. Und wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Und hoffe, ihr seid beim nächsten Mal auch wieder mit dabei. Und sage Tschüss! 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 glare Жp! Untertitelung des ZDF, 2020